Hallo zusammen Leute, in diesem Video kann ich euch meinen neuen Roman endlich in die Kamera halten. Der Hüter der Flatrea ist jetzt erschienen als Printbuch. Ich habe ja im letzten Schreibtischbericht aus dem Februar schon darüber erzählt, dass das Buch jetzt raus ist. Aber ich konnte es noch nicht in die Kamera halten, jetzt kann ich es in die Kamera halten, denn jetzt ist das Paket bei mir angekommen. Ah, so, jetzt sind ein paar mehr Bücher angekommen bei mir. Ja, freue mich, freue mich sehr, dass das Buch jetzt draußen ist. Es ist der zweite Teil der Flatrea-Saga. Der erste Teil war das Relikt der Flatrea. Halte ich euch hier nochmal in die Kamera. Es ist jetzt ein bisschen schwierig zu erzählen, was im zweiten Teil passiert, ohne den ersten Teil zu spoilern. Ich wurde auch schon gefragt, ob man den zweiten Teil lesen kann, ohne dass man den ersten Teil kennt. Ist für einen Autor immer eine schwierige Frage, weil man natürlich total in seinem Manuskript drinsteckt und das schwer beurteilen kann, ob man es auch verstehen kann, ohne dass man den ersten Teil kennt. Ich würde aber sagen, ja, man kann auch den zweiten Teil getrennt lesen. Es ist hier auch wieder eine mehr oder weniger abgeschlossene Geschichte, genauso wie der erste Teil, die aber noch nicht zu Ende erzählt ist. Also es ist ja geplant, das wisst ihr ja inzwischen, dass die Flatrea-Saga eine Tetralogie werden soll, also vier Bände bekommen soll. Und deswegen wird es noch weitergehen mit Band 3 und Band 4, aber auch Teil 2 hat einen, ich sag mal, einen runden Abschluss, sodass man Teil 1 und, denke ich, auch Teil 2 auch als Einzelbände lesen kann, wenn man denn so möchte. Schreibt mir gerne mal, falls ihr Band 2 lest und Band 1 nicht gelesen habt, ob das auch so ist. Also ich habe mich bemüht, in Band 2 alles das nochmal zu erklären und zu wiederholen, aus Band 1, was man unbedingt wissen muss, um hier durchzusteigen und es zu verstehen. Aber gleichzeitig nicht alles zu wiederholen, um die Leute, die Teil 1 gelesen haben, nicht zu langweilen. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte. Man möchte ja niemanden langweilen, sondern ich möchte euch ja mit meinen Büchern unterhalten. Ich möchte euch eine Freude machen, ich möchte euch schöne Stunden bescheren, spannende Stunden, spaßige Stunden und deswegen möchte ich euch natürlich am allerallerwenigsten langweilen. Gut, um was geht es jetzt in der Hüter der Flatrea? Ich versuche jetzt mal eine Inhaltsangabe oder einen Ausblick in die Handlung zu geben, ohne den ersten Teil zu spoilern. Das heißt also, wir haben hier wieder Larima und Semi. Larima, eine junge Frau, und Semi, ein junger Mann, die zusammen aufgewachsen sind, also sozusagen Zielgeschwister sind. Und Larima bricht von zu Hause auf im ersten Teil, weil sie ein großes Geheimnis herausfinden möchte, nämlich woher sie wirklich kommt. Und sie findet heraus, dass sie zu den Flatrea gehört, also ganz ohne Spoilern, vom ersten Teil geht es ja leider doch nicht. Also einen geheimnisvollen Volk, den Flatrea, die eventuell sogar Zauberkräfte haben. Und sie möchte jetzt herausfinden, warum sie denn damals im Wald zurückgelassen worden ist, als Findelkind ausgesetzt worden ist und wohin die Flatrea denn verschwunden sind. Und einige dieser Geheimnisse werden nun im zweiten Band der Hüter der Flatrea enthüllt. Am Ende von Band 1 findet Larima eine Stele. Die Stele ist hier auch im Buch mit drin, ich kann euch mal ein Bild davon zeigen. Diese geheimnisvolle Stele weist mit ihrem Lichtstrahl aufs Meer hinaus. Und Larima ist überzeugt, das ist ein Wegweiser in das Land der Flatrea, nach Flatremin. Und Larima möchte diesem Wegweiser unbedingt folgen. Das Problem ist jetzt, die Halinga, also das Volk in Halingat, also in dem Land, in dem sie aufgewachsen ist, in Halinga, diesem Kontinent, das sind keine Reisenden. Die machen keine Schiffsreisen und es ist noch nie ein Halinga irgendwie übers offene Meer gesegelt. Es gibt zwar schon Segelschiffe, die sind aber höchstens mal an der Küste unterwegs oder die besegeln die Flüsse in Halinga und handeln dort. Aber so wirklich raus aufs offene Meer zu fahren, das machen die Halinga nicht. Die Flatrea, die haben das früher gemacht, erfährt die Larima, aber die Halinga machen das nicht. Und das ist jetzt genau das Problem, die Flatrea sind ja weg. Wie kann jetzt Larima diesen Lichtstrahl vorgehen? Sie muss jetzt erstmal ein Schiff finden und eine Mannschaft finden, die bereit sind, mit ihr aufs offene Meer hinaus zu segeln. Und Larima weiß auch überhaupt nicht, was sie dort erwartet. Und zusätzlich gibt es noch einige düstere Gesellen, die sich ihr auf die Fährten setzen und die unbedingt verhindern wollen, dass sie das Land der Flatrea entdeckt. Was es genau für dunkle Gesellen sind und ob die vielleicht im ersten Teil auch schon aufgetreten sind, das verrate ich jetzt mal nicht. Ihr könnt euch jetzt eure eigenen Gedanken dazu machen. Ja, Hüter der Flatrea, wie gesagt, ganz frisch erschienen. Es gibt ein Gewinnspiel und zwar ab Montag. Das müsste, glaube ich, der 11. März sein, der Montag. Da beginnt das Gewinnspiel auf meiner Facebook-Seite, unten auf meiner Facebook-Seite verlinkt. Könnt ihr mal gucken in der Infobox. Da wird es jeden Tag eine kleine Quizfrage, manchmal ein bisschen schwieriger, manchmal nicht so schwierig, zu dem Hüter der Flatrea geben. Und ihr könnt da fleißig mitmachen. Und wer am Ende, am Sonntag, dem 17. März, am meisten richtige Antworten hat, der kann eins der Print-Exemplare von der Hüter der Flatrea gewinnen. Schicke ich euch dann gerne zu, gerne auch mit Widmung, wenn ihr möchtet. Also macht gerne beim Quiz mit. Wie gesagt, Montag, 11. März 2019 auf meiner Facebook-Seite beginnt das Quiz. Ja, soweit von mir zum Release von der Hüter der Flatrea. Ich freue mich richtig, richtig, dass der zweite Teil jetzt endlich draußen ist. Ich habe schon so lange darauf sehnsüchtig warten müssen. Und ich weiß, dass viele Leute da draußen von euch auch schon ganz sehnsüchtig auf den zweiten Teil gewartet haben. Was mich natürlich total freut als Autor, wenn ich so Sachen lese wie, ah, ich kann den zweiten Teil gar nicht erwarten. Der erste Teil war so toll. Das freut mich natürlich als Autor wahnsinnig. Und das bestätigt mich auch, dass die Geschichte, die ich hier um die Flatrea und Larima und Semi erfunden habe, dass die auch bei euch gut ankommt. Finde ich toll. Ja, ich wünsche euch immer genug Muster zum Lesen. Euer Dominik Schmeller. Euer Dominik Schmeller.